Was ist der einfachste Weg, um Konflikte, Ängste oder Vorurteile abzubauen, ist das Miteinanderreden. Eine persönliche Begegnung, ein ehrliches, offenes, gegenseitiges Kennenlernen. Das kann mit einem Schlag vieles verändern. Vorurteile oder Ängste werden abgebaut, Konflikte entschärft, Verständnis geweckt, vielleicht sogar echte Freundschaften geschlossen. Projekt Exchange baut solche Brücken der Begegnung. Es geht um den Austausch zwischen Menschen, die unterschiedliche kulturelle oder geografische Wurzeln haben. Austausch macht Fremde zu Freunden. Das ist das Motto von Projekt Exchange. Das gefällt mir und ich unterstütze das, weil Österreich, das sind wir alle. Ich selbst habe einen multikulturellen Hintergrund. Mein Vater ist gebürtiger Russe mit niederländischen Wurzeln, meine Mutter ist gebürtige Estin und unsere Familie hat Flucht während ihres Lebens mehrfach am eigenen Leib erfahren. Ich war auch schon Gast bei einem der Workshops von Projekt Exchange. Am beeindruckend fand ich das Interesse und die Diskussionsfreudigkeit der jungen Leute. Sie freuen sich wirklich, wenn wir ihnen Mut machen, wenn wir ihnen helfen an sich selbst zu glauben und anderen Menschen auch zu vertrauen. Projekt Exchange ist real und unkompliziert und das Rote Kreuz ein kompetenter Partner. Austausch macht Fremde zu Freunden. Versuchen Sie es! Danke! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR